Wie startet nun solch ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm? Eine Person nimmt plötzlich eine Situation wahr, in der ein biologisches Grundbedürfnis von ihr bedroht ist und die für sie unerwartet ist sowie hochakut dramatisch und isolativ empfunden wird. Das bedeutet, sie verliert völlig unerwartet die Kontrolle über die Situation und fühlt sich alleine mit der Bedrohung. Dadurch stellt die Situation für sie einen sogenannten biologischen Konflikt dar, weshalb bei ihr ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm startet. Ob die Situation für sie diese Kriterien erfüllt, hängt ab von ihrer individuellen Wahrnehmung der Situation, die bestimmt wird durch ihre Vorstellung und Glaubenssätze, Fähigkeiten, Erziehung, Kultur, sozialen Integration, dem biologischen Code der Spezies Mensch oder dem jeweiligen Tier und viel mehr. Auf diese internen Rahmenbedingungen haben verschiedenste Dinge Einfluss und sie bieten daher wahrscheinlich auch die Schnittstelle zu vielen anderen als gesundheitsfördernd geltenden Modellen. Für jemanden, der beispielsweise seinen Körper durch Ernährung und Sport kraftvoll hält oder der stets achtsam ist und alte, rigide Glaubenssätze durch spirituelle Techniken auflöst, werden in bedrohlichen Situationen weniger schnell alle drei Kriterien unerwartet, hoch akut dramatisch und isolativ erfüllt sein, um diese als biologische Konflikte wahrzunehmen. Der Auslöser für ein SBS ist also die subjektive, konfliktive Empfindung einer Situation, nicht das objektiv Geschehene. Während eine Person eine Situation als biologischen Konflikt wahrnimmt, kann von einer anderen Person die gleiche Situation völlig anders wahrgenommen und zum Beispiel unbedeutend, aufregend oder sogar witzig sein. Nehmen wir zum Beispiel die plötzliche Kündigung der Arbeit. Hat die Person vielleicht eine gute Ausbildung, gute Freunde, bei denen sie notfalls für eine Weile unterkommen kann, finanzielle Hilfe der Familie sowie ein gutes Selbstbewusstsein, ist die Situation für sie sicher unangenehm, aber kein biologischer Konflikt. Ist sie hingegen finanziell völlig abhängig von der Arbeit, hat keine Familie, die ihr aushilft, keine Ausbildung sowie Angst vor Bewerbungssituationen, werden für sie sehr wahrscheinlich die Kriterien unerwartet, hoch akut dramatisch und isolativ erfüllt sein, sodass die Situation für sie einen biologischen Konflikt darstellt. Oder nehmen wir das Beispiel des älteren Mannes, der aufgrund des Todes seiner Frau ins Seniorenheim muss. Er hat vielleicht 60 Jahre im selbstgebauten Haus gewohnt, seine Frau hat für ihn gekocht und er hat Schwierigkeiten mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, sodass er den Wechsel ins Seniorenheim daher leicht als Verlust der sicheren Umgebung bzw. als Existenzangst empfinden kann. Bei anderen sind die Voraussetzungen vielleicht völlig anders. Der eine hat alle zehn Jahre die Mietwohnung gewechselt und knüpft gerne neue Kontakte, der andere kann sich selbst versorgen und die Enkel wohnen ganz in der Nähe vom Seniorenheim, der dritte hat sich schon seit Jahren auf diese Situation vorbereitet und sich selber schon ein Seniorenheim mit besonders liebevollen Pflegekräften ausgesucht. Für sie liegen daher keine biologischen Konflikte vor. Man kann daher nie von außen beurteilen, ob bei einer bestimmten Person eine Situation zu einem SPS führt, da jeder Mensch einzigartig ist und ganz bestimmte interne und externe Rahmenbedingungen aufweist. Diese entscheiden am Verstand vorbei, ob eine Situation instinktiv als biologischer Konflikt wahrgenommen wird und welches spezielle Sonderprogramm gestartet wird. Aber umgekehrt kann man immer sicher sein, dass jedem SPS eine ganz spezifisch empfundene, konfliktive Situation vorausgegangen sein muss, auch wenn die Situation an sich wiederum höchst individuell ist. Jeder biologische Konflikt hat eine bestimmte Art von Bedrohung bzw. instinktivem Empfinden zum Gegenstand, je nachdem welches biologische Grundbedürfnis bedroht ist. Dies wird als Konfliktinhalt bezeichnet. Dieser bestimmt, welches SPS zur Lösung dieses Konfliktes gestartet wird und zwar immer synchron auf drei Ebenen, Psyche, Gehirn und Organ. In der Psyche wird es Zwangsdenken um das Problem geben, um schnellstmöglich eine Lösung zu finden. Wir können kaum schlafen und uns nur schwer auf andere Dinge konzentrieren. Veränderungen im Gehirn kann man objektiv mit medizinischen bildgebenden Verfahren beurteilen. Dr. Hamer hat diese Möglichkeit intensiv bei seinen Forschungen genutzt, da er festgestellt hat, dass alle Personen mit gleichartigem Organgeschehen auch im Gehirn an der gleichen Stelle sichtbare Veränderungen aufweisen. Im Rahmen jedes intensiveren SPS ist daher im zugehörigen, eindeutigen Steuerungszentrum im Gehirn in den Schnittebenen der CT-Aufnahmen eine ringförmige Veränderung sichtbar, die als Hamerscher Herd bezeichnet wird. Am Organ gibt es je nach Gewebstyp eine Steigerung oder Verringerung der Funktion, die bei unbiologisch langer Laufzeit zur Zellvermehrung bzw. Zellabnahme führt. Dabei gibt es zwischen jedem Gewebe und seinem Konfliktinhalt immer einen logischen Zusammenhang. Die Blasenschleimhaut z.B. ist sensibel und meldet uns den Füllgrad der Blase, um gezielt Urin lassen zu können, im Tierreich zur Markierung des Reviers. Bei dem Konfliktinhalt geht es also darum, dass man sich nicht sicher ist, wo das eigene Revier oder deren Grenzen sind oder wo man markieren kann, damit diese wahrgenommen und geachtet werden. Das Revier kann dabei z.B. die Wohnung, der Partner, der Arbeitsplatz, ein Verein, ein Auto usw. sein. Die willkürlichen Muskeln dienen der Leistungsfähigkeit, um überlebenswichtige körperliche Aufgaben zu erledigen. Bei dem Konfliktinhalt des Muskelgewebes geht es also darum, nicht stark genug zu sein, um eine Bewegung ausführen zu können. Die Empfindung ist hier das Versagen, also dass man z.B. ein als wichtig empfundenes Ziel knapp verpasst hat, weil die Kraft nicht gereicht hat. Auf der psychischen Ebene des SPS sind Veränderungen im zeitlichen Verlauf sofort ab dem biologischen Konflikt sichtbar. Bis auf organischer Ebene hingegen aus Funktionsänderungen problematische Zellveränderungen werden, die dann zu größeren Symptomen führen, vergehen Wochen oder sogar Monate. Dieser Zeitversatz führte zu der Idee der Psyche als Ursache von Krankheiten, da man häufig beobachten kann, wie es sich bei einer Person mit verändertem psychischem Befinden schließlich schwerwiegende körperliche Symptome entwickeln. Tatsächlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Psyche und Organ. Allerdings ist die Veränderung der Psyche nicht der Auslöser der Organveränderungen, sondern beides sind parallel verlaufende Symptomebenen eines Sonderprogramms, das durch einen biologischen, instinktiv empfundenen Konflikt gestartet wurde. Vorstellungen wie Stress oder schlechte Gedanken führen zur Krankheit sind daher falsch und können dazu führen, dass sich auf die Bekämpfung der psychischen Symptome fokussiert wird, obwohl diese ja Teil eines sinnvollen Anpassungsmechanismus sind, mit dem Zweck, eine schnelle und effektive Lösung des Konfliktes herbeizuführen. Ein Wegdenken des Problems ist daher nicht möglich. Die Synchronität der drei Ebenen Psyche, Gehirn und Organ hat Dr. Hamer die präzise Erforschung dieses Modells ermöglicht und ist eine wichtige Basis für die Wissenschaftlichkeit der neuen Medizin, denn sieht man bei tausend Patienten einen wachsenden Tumor der Leberzellen, muss sowohl bei allen tausend Patienten im Steuerungszentrum der Leber ein Hamerscher Herd im Stammhöln zu sehen sein, als auch das psychische Empfinden und Verhalten des Verhungerns vorhanden sein, da es sich hierbei ursächlich um einen sogenannten Verhungerungskonflikt handelt. Entsprechend muss bei jedem Patienten mit Hamerschen Herd im Leberzentrum auch ein Tumor der Leberzellen und psychisch die Verhungerungsangst zu finden sein. Von der Ebene der Psyche kann man theoretisch auch auf die anderen beiden Ebenen schließen. Da die Psyche aber nicht messbar ist, sind derartige Schlussfolgerungen äußerst fehleranfällig und daher wenig relevant. All dies ist im ersten biologischen Naturgesetz formuliert, das zusammengefasst folgende drei Kriterien umfasst. Jedes sinnvolle biologische Sonderprogramm wird durch einen entwicklungsgeschichtlich dramatisch empfundenen Umstand aktiviert. Diese Aktivierung ist nicht psychischer Natur. Die Art der unbewussten Empfindung der biologischen Problemstellung bestimmt, welches spezifische sinnvolle biologische Sonderprogramm aktiviert wird. Das SPS verläuft stets synchron auf den drei Ebenen Psyche, Gehirn und Organ. Bisher hatten wir keine plausible Erklärung dafür, warum eine bestimmte Person zu einem konkreten Zeitpunkt ihres Lebens ein spezifisches Symptom hat. Wir fragten uns, warum ausgerechnet ich, warum genau jetzt, warum genau das? Dafür war meist klar, was an Symptomtherapie sinnvoll erschien, fast unabhängig von dem Menschen, um den es im Einzelfall geht. Durch Kenntnis der sinnvollen biologischen Sonderprogramme und des ersten biologischen Naturgesetzes verstehen wir und unsere Tumorpatientin nun genau, warum ich, warum jetzt und warum dieses Symptom. Es sind zwar noch einige Details offen, wie zum Beispiel die Seitigkeit der Symptome, diese werden an anderer Stelle noch erklärt. Bis zu diesem Punkt weiß die Tumorpatientin aber noch nicht, ob es auch neue, zielgerichtete Möglichkeiten gibt, mit den Symptomen umzugehen, damit es ihr möglichst schnell wieder gut geht. Konkrete erste Ansätze dafür liefert die Kenntnis der Verlaufsformen eines SPS, um die es im nächsten Teil geht.